Herzlich Willkommen hier bei Athletics Kids in... ...Waar! Athletics Kids! Ein Team, ein Tier! Wir wollten das einfach mal ausprobieren, was das ist. Die Kids mal was Neues zeigen. Im Wasser lernen. Wir mussten oben drüber, oben drunter, wir mussten klettern. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Das Schönste ist der Zusammenhalt, dass man sich so auch gegenseitig hilft. Teamgefühl ist jedenfalls da. Kinder helfen sich gegenseitig, die Erwachsenen, das läuft. Ich würde es meinen Freunden weiter empfehlen, weil sie wahrscheinlich genauso viel Spaß haben wie die Kinder. Oder wir versuchen die Kinder. Dabei hat man sich etwas Encörpelt über die Frieden grandchildren. Lösungen! Vielen Dank.